Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 29. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 998. Heute mit den folgenden Themen. Siegfried und Roy, Revolut, Google, Microsoft, Spotify, OPPO und QNAP. Was in der Reihe tanzt total aus dieser? Ja genau, Siegfried und Roy. Mögt ihr euch noch erinnern? Die beiden Magier aus, war es Deutschland, die in Las Vegas so berühmt waren, unter anderem wegen ihrer Shows mit den Weissen Tiger. Ja, die leben ja beide mittlerweile nicht mehr. Doch jetzt gibt es einen Podcast. Und zwar einen exklusiven Podcast. Den hat sich jetzt nämlich Apple gesichert für seine exklusiven Podcasts, die das Leben von Siegfried und Roy beleuchten. Da sollen anscheinend Insights und Geschichten aus dem Leben mit drin sein. Man darf gespannt sein. Vor allem bin ich da gespannt, ob das auch eingedeutscht, eingeitalienisch und eingefranzösisch wird. Also sprich, auf diversen anderen Sprachen ausserhalb vom Englischen zugänglich gemacht wird. Dass nämlich auch nicht nur englisch sprechende Menschen diesen exklusiven Inhalt anhören können. Wir dürfen gespannt sein. Weiter geht es mit Revolut, der Fintech-App aus Grossbritannien. Gut, mittlerweile glaube ich mit Litauen-Sitz oder zumindest Bankenrecht wegen EU etc. Ja, die haben die Version 8.0 rausgehauen ihrer App. Da habe ich jetzt einige Updates mitgemacht. Ich nutze sie nämlich seit der ersten Stunde. Und die haben viele neue Funktionen. Und was viele neue Funktionen immer mitbringen, ist auch viel Neues in der Gebrauchung. Im täglichen Gebrauch. Jetzt habe ich es. Nämlich komplett überarbeitet wurde, Hashtag wieder mal, die Startseite. Fokussiert auf eine Suche, die global und überall zu finden ist. Man hat direkt Zugriff. Man kriegt und hat und Individualisierung etc. Alles, was der Mensch will. Ich hätte gern das Alte wieder zurück. Ich kann mich noch nicht so daran gewöhnen. Aber ich hatte auch erst zwei, drei Wochen Zeit, das auszuprobieren. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme. Was ich jedes Mal verzweifelt suche, sind meine zusätzlichen Kreditkarten, die ich da drin habe. Die digitalen. Die finde ich jedes Mal irgendwie nicht. Wenn da eine Hörerin einen Tipp hat, gerne her damit. Dann geht es los mit Rekorden. Dieses Mal starten wir mit Google. Die haben nämlich ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Google hat einen Umsatz von 55,3 Milliarden Dollar generiert und einen Gewinn von 17,9 Milliarden. Somit liegen sie knapp über dem, was sie Ende 2020 haben einfahren dürfen. Also ein bisschen besser. Es läuft generell gut bei Google. Vor allem aber die grosse Cash-Cow ist die Werbegeschichte. Das dürfte sich vielleicht jetzt dann ändern mit den neuen Apple-Bestimmungen und dem grossen Gegenwind von VLOG, dem neuen Google-System, was sie da eigentlich haben. Wir dürfen gespannt sein. Die Hardware-Geschichte und alles Mögliche haben sie unter Google-Services verpackt, wo unter anderem auch die Einnahmen von YouTube, von Android und so weiter drin sind. Also ich glaube, das Teil muss so klein sein, die Hardware, dass sie das da irgendwie so komisch versteckt haben. Aber eben, solche Möglichkeiten bestehen und ähnliches tut ja auch Apple mittlerweile mit den iPhones, um da nicht zu starkes Gewicht draufzulegen, die übrigens heute Abend auch noch Quartalszahlen raushauen. Aber ich mache heute schon wieder um 20 Uhr knapp, also am Abend vorher, die Aufnahme. Ich hoffe, ihr entschuldigt. Es kommt dann morgen mit rein. Aber Zahlen gab es auch bei Microsoft. Auch denen geht es gut. 15,5 Milliarden Nettogewinn bei einem Umsatz von 41,7. Das ist knapp eine Steigerung von 44 Prozent. Und wo hat das Microsoft gewonnen? Wer hätte es gedacht? Nach dem Jahr der Pandemie und dem Homeworking etc. ist da logisch im Privatsegment einiges gelaufen. Vor allem aber auch im Spielebereich. Aber da muss man auch ehrlich sagen, hat Microsoft auch richtig und toll Gas gegeben. Xbox, die ganzen Game Pass-Geschichten, die Integration von anderen. Man hat 18 Millionen zahlende Kunden und auch sonst ein paar schöne Zahlen. Wer mag, auf daily.geektalk.ch zum Nachlesen für euch bereit. Dann gibt es natürlich, wie vielfach bei diesen Quartalsgeschichten auch, neue Zahlen von Spotify. Auch die haben wieder mal die grosse Latte rausgeholt und ein paar Zahlen gesagt. 356 Millionen aktive Nutzer jeden Monat, was ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zu einem Jahr ist. Und 158 Millionen Subscriber, die bezahlen, das ein 21 Prozent Plus ist. Verglichen mit dem letzten Quartal ist es dann doch deutlich weniger. Man ist nur noch schwach gestiegen. Ja, mal schauen, wie lang das Steigen noch geht, zumindest. Und da bin ich jetzt endlich mal bei Spotify, wo ich mich freue. Haben die es in die Gewinnzone geschafft. Im letzten Jahr war man noch mit 14 Millionen in der Kreide. Die hat man jetzt im Plus. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Vor allem jetzt auch mit der Podcast-Geschichte, die da neu mit reingekommen ist, über die ich euch gestern erzählt habe. Da gibt es auch Neuigkeiten zu OPPO. Daniel Mayer, der Schweizer General, was ist der genau? Big Boss von OPPO Schweiz, sagen wir es mal so. Lieben Gruß an der Stelle. Die haben jetzt eine neue Kooperation angesagt. Nämlich werden Support-Anfragen und kleine Reparaturgeschichten etc. Direkt über die Schweiz gemacht. Nicht mehr im osteuropäischen Raum rübergetragen. Das Ganze passiert jetzt, wie gesagt, bei uns in der Schweiz. Genau genommen in Callpoint in Baden. Die sind dafür zuständig. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Für die Kunden ist das natürlich ein Riesenvorteil. Da muss man nicht warten. Und das Gerät geht nicht um die halbe Welt, ist es ja nicht, aber um halb Europa, bis dann solche Geschichten gemacht werden. Und der grosse Vorteil ist, Callpoint kennt natürlich den Schweizer Markt und kann da auch entsprechend agieren oder interagieren. Besser gesagt. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hinweis für alle, die ihn QNAP NAS sein Eigen nennen. QNAP ist ja Visionology, ein Hersteller von NAS-Systemen. Und da gibt es aktuell zwei Angriffsmöglichkeiten oder Schnittstellen, wo angegriffen wird. Es sind zwei Ransomware-Software, die unterwegs sind oder Skripts. Der QLocker und der zweite, den ich nicht aussprechen kann, mit einem unsäglichen Namen, X-Trax, Echo-Trax, wie auch immer. Die beiden treiben ihr Unwesen. Was tut so eine Ransomware? Ja gut, die schleicht sich auf euer NAS. Auch normalerweise Rechnen und so weiter. Aber jetzt geht es um NAS-Systeme. Verschlüsseln deine ganzen Dateien. Du kommst nicht mehr drauf, aber hast da eine Readme-Text-Datei. Wenn du die öffnest, steht drin, bitte überweisen sie. 0,01 Bitcoin. Das sind aktuell etwa 500 Währungseinheiten. Wenn man das getan hat, dann könnte man Glück haben und die schicken einem die Lösung, wie man das wieder entschlüsseln kann. Oder sie schicken die nächste Rechnung, wo man nochmals playen darf. Und ja, Bitcoin, das Geld seht ihr nie wieder. Das ist weg. Ja, was kann man machen? Zum einen das NAS nicht öffentlich zugänglich machen. Wenn es dann nicht unbedingt sein muss, wenn man nicht von außen Zugriff haben möchte, sollte man das ganze Zeug natürlich dicht machen. Das andere ist, wie immer, Backup seiner Daten haben. Dann ist das kein so ein grosses Problem. Im schlimmsten Fall hat man nur die NAS-Festplatten verloren. Man muss die tauschen. Im besseren Fall kann man das NAS platt machen und neu aufsetzen. Aber noch viel besser ist, die ganzen Tools, die man drauf hat, die ganzen Dienste, die man drauf nutzt, immer up-to-date halten. Und natürlich auch die Firmware vom QNAP NAS auf dem aktuellsten Stand halten. Also am besten ladet ihr auf eurem Rechner das Update runter, nehmt das NAS vom Netz, verbindet es direkt mit eurem Rechner und spielt das Firmware-Update ein. Und ganz, ganz wichtig, macht keinen Reboot, denn wenn das Ganze schon verseucht ist, dann ist die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Ich glaube, jetzt muss ich piepsen. Ach herrje, und das noch vor der Tausender Folge. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und für all diejenigen, die eben so ein NAS-System haben, Malmar Remover heisst die App, die ihr installieren sollt, und dann auf diesen blauen schönen Button drücken. Das habe ich nämlich vor euch auch getan. Und aktuell scannt sich mein NAS durch, ob da vielleicht etwas drauf ist. Aber ich glaube nicht, weil nicht öffentlich zugänglich grundsätzlich dieses NAS meines ist. In diesem Sinne euch noch einen schönen und wunderbaren Tag. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.